Das Thema Windenergie spaltet, so auch in Brandes. Am 26. Mai tat die Bürgerinitiative gegen Windwaldpolens und Umgebung ihren Unmut über das mögliche Vorhaben in Waldpolens per Fahrrad-Kurso-Kund. Von Brandes aus führte die Route nach Beuscha, wieder nach Brandes zum Markt, bis nach Machern. An den einzelnen Stationen konnten sich die rund 40 Teilnehmenden und jeweiligen Besucher zum Thema Windkraft und dem Vorhaben im Brandeser Ortsteil Waldpolens austauschen. In einem der anliegenden Wohngebiete, welches mit aktuell geplanten rund 1.100 Meter als eines der nächstgelegensten bewohnten Bereiche an den geplanten Windenergieanlagen anliegt, hier in Machern, wird der Unmut auch per Plakataktionen deutlich. Nach Einwohnerversammlung am 16. Mai in Brandes stand am 28. Mai auf der Agenda des Stadtrates der Punkt Bürgerentscheid zum Gestattungsvertrag. In diesem Zuge demonstrierten mehrere hundert Menschen vor dem Rathaus. Per Menschenkette, Kundgebung und Plakataktionen. In der anschließenden Stadtratssitzung setzte sich der Bürgerentscheid nicht durch, da keine qualifizierte Mehrheit zustande kam. Demzufolge wird der Stadtrat als Gremium über den Gestattungsvertrag mit dem Unternehmen Juwi zur Errichtung und zum Betrieb von maximal vier Windenergieanlagen entscheiden. Die Windenergiegegner werden weiterhin Aktionen durchführen. Eine Versammlung in Waldpolens am 2. Juni um 15 Uhr ist als nächstes geplant, informiert die Webseite der Bürgerinitiative.